Alles, alles, alles ist eine Bewegung, die es ermöglicht, alle und gleichzeitig niemand zu sein. Alles, alles ist eine Provokation, gewaltfrei und radikal. Wir fordern dazu auf, uns nicht von der Repression beeindrucken zu lassen, uns nicht dazu verleiten zu lassen, einfach nur mitzumarschieren, ohne zu hinterfragen. Unserem Willen und unserem Begehren freien Lauf zu lassen, passiere und es wird passieren, wovon wir träumen. Alles, alles, alles ist alles, alles ist. Ja, ich bin total beeindruckend, dass so die letzten zwei, drei Tage das, was der Senat macht, die Stimmung hat total kippen lassen. Wir sind seit Wochen auf der Straße und wollen mit den Leuten über G20 reden und die lesen in den Zeitungen die ganze Zeit nur Krawall, nur Polizei etc. Und ganz viele haben gesagt, ich finde cool, dass ihr demonstriert, aber ich will an dem Wochenende nur weg sein, fahre mit meinen Kindern irgendwo hin. Die letzten zwei, drei Tage sagen ganz viele Leute, was der Senat macht, was Grote macht, was Dote macht, geht überhaupt nicht klar. Jedes Demonstrationsrecht wird angegriffen. Ich glaube, jetzt werden die Proteste wieder so groß, wie sie werden sollen. Man weiß ja eigentlich ganz genau, was dabei rauskommen wird bei den Plänen. Das wird so ein Weiter-so mit neoliberalen Reformen sein. Weiter-so. Und mit irgendwelchen kleinen Zugeständnissen. Weiter-so. Oder zur Make-up-Politik für. Weiter-so. In Sachen Entwicklungshilfe und Klimawandel. Weiter-so. Weiter-so. sanity Richtung. Ja. Danke. 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 Gimme hier. Danke. È georvenson. UntertitelDieP Definition Nummero. milliack. schwulse. 어디 locau... hu кл�MN explorerä... image. Vielen Dank.